Erst kürzlich kam die Meldung, dass Sarah Lombardi und Roberto getrennte Wege gehen. Das kam natürlich völlig überraschend. Und bis jetzt gibt es kein offizielles Statement, warum genau sie sich getrennt haben. Eins steht fest, auch wenn die Leute gerne wollen, dass Pietro und Sarah wieder zusammenkommen, das wird wohl nicht passieren. Denn Sarah ist bereits mit einem anderen Mann im Urlaub. Ja, richtig gehört, sie und der Eiskunstläufer Joti machen gemeinsam Urlaub. Außerdem ist auch Söhnchen Alessio dabei. Es scheint so, als würden sie sich bestens verstehen. Und das nicht nur, wenn sie gemeinsam bei der Sendung Dancing on Ice mitmachen. Die beiden haben dort außerdem gewonnen. Ist er vielleicht der Grund, warum Sarah und Roberto nicht mehr zusammen sind? In einem Artikel steht, dass die beiden während den Proben sehr viel Zeit zusammen verbracht haben. Sind sie sich etwa während dieser Zeit näher gekommen? Fragen über Fragen Wenn ihr die Ersten sein wollt, die von den Neuigkeiten über die beiden erfahren, dann abonniert doch einfach Check the Celeb. Wenn ihr das Glöckchen oben aktiviert, bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es etwas Neues gibt. Ich würde mich über einen Kommentar freuen und natürlich, wenn ihr beim nächsten Video auch dabei seid. Bis dann!